Ja, nach long 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 time mal wieder ne wunderschöne Peppa-Wutz-YouTube-Karte. Ich bin Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und der Übel ist auch dabei. Mussel sein, Sophie. Und das ist Papa Wutz. Ich finde es immer noch grandios, wie einfach mal jeder auf so einem beschissenen Hügel lebt. Jeder lebt auf so einem beschissenen Hügel. Ihr glaubt doch nicht, wenn ich da oben ein Haus hätte, dass ich da hochlaufen würde. Ich würde mir dann, wenn mir scheißegal, dann würde ich lieber draußen übernachten. Wenn mir sowas so ein scheißegal ist. Ich läuft doch nicht da hoch auf dem Haus. Hier oben. Das ist ja... Keine Ahnung, da würde ich ja mehr Sport machen als die letzten 10 Jahre. Das geht so. Nee, du. Nee, machen wir so nicht. Schorsch spielen heute bei Oma und Oma und Opa Wutz. Das sind Kinder, die freuen sich einfach endlich von diesem beschissenen, hessischen, verkackten Berg runter zu kommen. Das sind doch... Da wäre ich auch fröhlich. Opa! Hohohoho! Hohohoho! Der ist so bescheuert, oder? Und wer ist der Arzt? Saurier! Hrrr! Hrrr! Machen wir nicht so eine Arzt! Ein Dinosaurier! Hahahaha! Hoh! Ein Dinosaurier! Opa, was machst du gerade? Ich pflanze die. Ich sä samen ein. Gut. Hat den Vorteil, die Erde kann nicht besamt werden und die kann nicht schwanger werden. Ne? Wenn man die trifft. Habe ich gehört. Also ich kenne sowas nie, ne? Ich bin ja, ich bin ja Jungfrau. Aber ich meine es halt so, ne? Also deshalb immer die Samen nur obendrauf, weil dann kann nichts passieren. Ja. Und was passiert dann damit? Na gar nichts. Aus Samen werden bloß Blumen. Ich wohne ein kleines Loch, Holz in den Erd und leg den Samen rein. So nicht. Dann decke ich Erde drüber und begieße sie. Ich muss wirklich sagen, also Erde mache ich jetzt seltener drüber, aber sonst ist man begießen und den Samen reinpflanzen, also mache ich nicht anders. Garten stammt aus solch jedem kleinen Samen wie diesen. Etwa auch der Apfelbaum? Der Apfelbaum? Der kam von Storch. Der Apfelbaum? Ne, der kam von Storch. Dieser kleine Samen. Kleinen Apfelbaum. Übrigens mal ganz kurz, ne? Das muss ich einfach immer wiederholen. Warte. Mädels. Ne, das war schon richtig. Das ist groß, ja? Das ist definitiv groß. Kommt auf den Blickwinkel an. Und wenn man die Augen zumacht. Und wenn man vielleicht das Licht ausmacht. Aber das ist groß, ja? Habt ihr es mal mit einer Lupe angeguckt von anderen Blickwinkel? Oder Mikroskop? Ist groß. Das ist ein großer Samen. Da kann auch ein großer Baum entstehen. Samen. Kleinen Apfelbaum. Wie diesem. Oh. Und dieser kleine Apfelbaum wird zu einem der kleine Apfelbaum. Großen Apfelbaum. Wie der da. Ne, der ist schon groß. Autsch. Das erinnert mich. Ich hab mit meiner Freundin vor paar Monaten. Ich glaub in Indien ist es passiert. Wenn ich mich nochmal rechts entsinne. Da hat wirklich eine Frau. Jemanden mit einer Bulette ganz, ganz schwer gradig verletzen. Mit einer Bulette. Also, Essen kann tödlich sein, ne? Wirklich. Krieg ich mit McDonalds Buletten auch hin. Und im Apfel sind noch Samen drin. Für noch mehr Apfel auch was pflanzen. Wie wäre es denn mit einem Erdbeersamen? Ja, fein. Alles zusammen. Zum Samenkorn wird eines Tages eine schöne Erdbeerpflanze. Deshalb wachsen auch immer bei mir im Baum die Dönergärten. Ganz bekannt. Also, mein Garten ist bekannt. Heißt halt der Dönergarten, weil die Samen mal Döner waren. Ich hab sie gegessen und dann, genau. Dann kam halt Samen raus. Und eingepflanzt. Ne, Spaß. Quatsch. Das Kee ist ein Geldbaum. Ne, ne, schnaße Gart. Zuerst. Deck Erde drauf. Nein, nein. Deck Erde drauf. Ich will es machen. Gut. Und nun. Deck Erde drauf. Nun brauchen wir etwas Geduld. Ja. 2.000 Jahre später. Peppa und Schorsch wollen warten, bis der Samen sprießt. Ja, da haben die ja ein... Muss ich wirklich sagen, da haben sie ja wirklich ein sehr glückliches... Interessantes, erfolgreiches Leben geführt, ne? Wenn sie jetzt warten, bis der Baum da wächst. Du wirst mehr Geduld haben müssen, Peppa. Das dauert sehr lange, bis etwas wächst. 2.000 Jahre später. Peppa, Schorsch. Wir fahren nach Hause, aber wir warten jetzt. Haha, keine Sorge, Peppa. Beim nächsten Besuch wird das Pflänchen etwa im nächsten Besuch. Und dann essen wir Erdbeere. Ja, also... Das sind halt... Tja, mache ich halt auch so. Ich habe einen grünen Daumen. Und wie schon gesagt, bei mir wächst der Dönerbaum. Und ich mache das halt genauso. Genauso. Das ist auch das, was bei mir immer zum Erfolg geführt hat. Zu Hause zum Beispiel habe ich auch... Das sind ganz seltene Pflanzen. Die können halt nie eingehen ohne Wasser. Könnte man jetzt Plastikpflanzen nennen. Aber das ist halt der Laienbegriff. In der Wirklichkeit ist es Profi-Pflanzenhandwerk für Profis. Die halt keine Zeit zum Gießen haben. Oder die sich das einfacher machen wollen. Gut, schmeckt vielleicht auch nicht so. Und Früchte wachsen... Ja, passiert da jetzt auch nicht unbedingt. Aber ey, sieht schön aus. Muss man nur in Staub. Kann nie eingehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt so genau ein Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchmen da. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein solltet. Haut rein und tschüss. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wiedersehen solltet.